komisch gemacht ist manchmal kauft sie aber was dann geht man um in chat 1 1 und dann ist man also wie spärlich und schlecht das gemacht ist ich sehe an seiner art er wird akkistisch das mal den rollhack schade das war alles zu schnell er schießt so drauf ich will auch meine mp5 raus was muss man sich übrigens kann man sich auch nicht einfach so kaufen sondern man muss erst einmal muss auch nichts mit fragen oder so ein scheiß man muss ihn einfach nur beantragen und kann nach drei tagen also drei echten tagen für die real life junkies nach drei echten tagen abholen man muss ein ja auch für auto und motorrad auf dem auto muss man tatsächlich die prüfung machen da steht dann ja die neuen fahren aber da kannst du mit 200 durchheizen und das interessiert auch keinen das sind trotzdem es ist aber witzig gemacht ich finde die idee nicht schön auch dass man zu zweit einfach dta spielt das ist das ist für mich schon das ist einfach heftig das ist ja auch was bei dem spielen nur gefehlt hat dem multiplayer modus oh mein gott von und ich liebe solche spiele die auch viel auf realismus setzen nicht zu heftig aber auch viel deswegen denn es kommt hier oben deswegen mag ich auch den armer zu modd sie so gerne weil er einfach so gut gemacht ist auch mit dem ganzen realismus und alles man muss richtig überleben ich bin auch bald am verhungern zum glück habe ich noch ein paar hamburger auf tasche äh kevin macht man das nochmal dass man auf sich selber drückt ähm alt gr und dann zweimal alt gr und dann auf einen selbst fliegen aber ich halte mal dein handy aus falls du einen stern hast ne nein ich kann kein alt gr mehr benutzen irgendwie zweimal hintereinander denn das ja zweimal hintereinander muss auch gucken ob die maus da erscheint ich bin außerdem gerade die straße weitergelaufen ja ist ja schön aber ich müsste eigentlich jetzt mal auf mein skin zugreifen sicher dass das sich nicht geändert hat oder so jetzt kommt denn es was geht dafür bitte für eine party bitte ab achte meine frage was hier alles los ist die packs mit mir ich glaube jetzt erstmal mein auto holen ja und ich versuche hier weiterhin verzweifelt während mich ein heli abfließt es gibt ja auch noch es gibt ja auch noch gangs und alles drinne ja stimmt das spiel ist eigentlich relativ groß ja und es gibt halt irgendwie glaube ich 33 gangs einmal einmal die triaden dann die los dingens moment und die mafiosen ja wo ist dein fucking car ich kann kein alt gr drücken das ist ja grausam warum bin ich gestorben ist tot wieso bist du jetzt tot hä ey wieso bist du jetzt tot was was du hast mein rad heil gemacht wieder sehr produktiv also man kann sterben ja das war eine erkenntnis und wahrscheinlich wahrscheinlich werde ich ne doch nichts ne bullenwein ich bin da also man hat ja auch gesehen dass ich die ganze zeit einen stern hatte ähm die polizei kann einen halt verfolgen und die kann auch einen per handy ordnen ordnen wenn man es an hat und deswegen sollte man das einfach machen wenn man einen stern hat und das habe ich eigentlich immer bist du jetzt eigentlich wieder im game drin? er lebt es gerade muss ich dir direkt fragen du brauchst doch ewig keinen zu machen das ist doch extrem weil ich konnte kein alt gr drücken ich wollte ja eigentlich meine geilen moves vor dir vollführen ja du hast immer sehr heftig du weißt was ich mein und aber es ging nicht weißt du noch bei dem 1 spiel die animation die man da abspielen konnte ja genau die gibt es ja auch ja normal ja normal und das wollte ich ja eigentlich machen gibt es wirklich alle? ja ich wollte so vor dir abdämpfen das ist zu geil gewesen ne jetzt zum beispiel geht es wieder komischerweise wo hat man das nochmal gemacht? mein fahrzeug war gelöscht ach da ist es ja da ist es ja arschlöcher löscht mein fahrzeug crack alter hm? Komm mal rein. Ach, da bist du hier. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Man kann so relativ verschiedene Sachen machen. Weil ich wollte... Eins wollte ich noch machen. Wo ist das? Ich hab meine Waffen verloren. Entspann ich noch. Okay, warte. Warte, warte, warte. Ey, Alter, ey. Der will immer eine Rolle abziehen. Oh. Wenn man F drückt und ein anderer sitzt im Fahrzeug, kickt man den raus. Außer das Fahrzeug ist abgeschlossen. Man muss immer G drücken, um sich auf den Beifahrersitz zu setzen. So, hier ist glaube ich irgendwo die Triaden oder was. Das ist so. Ja, hier links ist es gleich. Da, da bei den... Scheiß Löwen da oder was auch immer das ist. Hab ich eigentlich noch eine Knarre? Oh mein Gott, meine Knarre ist weg. Auf den Zaun. Pornstar. Mhm. Jetzt wissen wir mehr. Ich hasse männliche Pornostars. Ja, aber nicht. Ich steh auf die. Ich will einen Bullen runterkicken, genau. Ne, mal ehrlich, die sind doch so auswechselbar, die Typen. Darauf scheiß ich. Ist ja schön, aber wir müssen jetzt gleich mal... Hä? Hast du denn wieder fortkommt denn? Nein, der wurde gelöscht. Von Hohen Atmen. Wieso? Weil er da... weil er hier vorstand. Die ganze Zeit. Hm, toll. Auf jeden Fall, ey. Nein. Ähm. Boah, ich geh hin, ey. Du scheiße. Ach, Bitch, das geht ja schnell. So, was wollen wir jetzt unternehmen, Dennis? Jetzt wollen wir uns erstmal Knarren kaufen. Paar Knarren. Boah, das rutscht mir die ganze Zeit raus. Ja, das ist... Ey, das ist so... Ey, das gibt dir so eine geile Auge. Das gibt den ganzen so einen... so einen asozialen Touch, ne? Ein bisschen. Oh, damit kann ich leben. Bist du dumm, ey. Kannst du so nimmer hinfahren? Ja. Übrigens haben wir noch kein einziges Mal mega bekloppt den Scheiße gelandet. Nee, wir sind ganz schön sachlich geblieben, ne? Penis. Ja. Das war... Das Wort musste einfach mal fallen. Das ist... Ich glaube, das machen wir jetzt in jeden LP. Das Wort muss einmal fahren, ey. Das Wort muss einmal fallen. Äh, LP oder 9mm? Ne, geht gar nicht klar. Ich werde mich jetzt auch hier nicht wegbewegen. Boah, das hat sich aufs Konto gefügt, ey. Ich muss mal kurz Geld abheben. Du hast doch Geld, du Hurensohn! Ja, pff. Ja, jetzt hab ich Geld. Weißt du noch? Total. Wo bist du jetzt eigentlich? Ey, du kannst jetzt, äh... Ja, ich muss aber erst mal Geld abheben. Ja, voll die Ausrede, ey. Ich hab ganz... Waffendealer zu werden. Scheiße. Kein Mafiosi. Geist gleich. Ach, wow. So, jetzt hab ich mich gegen Nigger gerüstet. Hast du eine Reife zerschossen? Überall? Ja, hab ich. Hast du bei dem nicht, ne? Komo ohne? Schießt doch so Reifenkauke. Was soll denn das? Wo bist du reingekommen? Ich dachte, ich habe abgeschlossen. Scheinbar nicht. Ups. Wenn wir jetzt Papiers erlegen, um es nett auszudrücken, dann kann man auch mal den Knast von innen zeigen. Wenn man zu viel Scheiße baut, also einen Abknall zum Beispiel, wird man eingesperrt, wenn du von den Bullen erwischt wirst. Die Polizei hier in diesem Spiel ist auch interaktiv von anderen Mitspielern gespielt. Die können einen festnehmen und ins Polizeipräsidium, Polizeiwache etc. bringen und sich dort dann einbuchten für Minuten. Oh fuck, da waren da die 12 Stunden. Ich habe einen Stern. Oh Gott, da sind wieder die Bullen. Aber wir können jetzt ja mal versuchen, richtig viel Scheiße zu bauen. Aber nicht am Bahnhof. Dann werden wir wahrscheinlich die Bahnhof. Verfolgen wir mal den Typen hier. Ich habe das Gefühl, dass er mal Fuse ist. Ne, ich weiß, dass er mal Fuse ist. Oh mein Gott, da sind Bullen. Ich will lieber abholen. Ich bin immer sicher, ne? Auch lustig ist, dass auf dem Nummernschild hinten der Name draufsteht von demjenigen, dem das Auto gehört. Ja. Das ist auf jeden Fall spielbar. Ich muss eigentlich die Penner suchen. Vielleicht mal da hinten am Spawning gucken. Die Straße ist wieder zugeparkt. Hauptsache du bist nicht so leise wie der Name, die Aufnahme. Ja. Weil du bist hier bei mir relativ leise. Weil du bist hier bei mir relativ leise. Hm. Ist nicht geil, das ist scheiße. Ich habe einen Bullenauto angeschossen. Ich knall mal lieber nicht auf ihn. Geh mal der eventuellen Konfrontation mit der Mafia aus dem Weg. Okay. Auch wenn es lustig wird. Ja, wir müssen uns Zivilpersonen schnappen. Die ahnungslos und, äh, wählenlos sind. Hier sind eigentlich immer voll Idioten rum. Ja, hier ist übrigens der Start. Hier muss man als erstes hin. Welchen schnappen wir uns? Hm, der blaue da. Der blaue. Welcher blaue? Wie heißt der? Minecraft. Der auf dem blauen Motorrad oder der blaue? Wir haben ihn abgeknallt. Das hohes Horn. Er denkt auch so, er könne uns töten. Tote ich an zwei Sterlen. Er kommt, bevor wir gebannt werden. Machen wir gleich weiter. Ist aber sowas von sinnloses Deathmatch. Es macht aber einfach übel Spaß. Man kann es nicht leugnen. Grundfraktionsbündnis, aha. Das ist ja nicht erlaubt, ne? Ich mein, was wir hier machen, das ist ja noch einigermaßen warm. Ich will noch mal zurückfahren, denk ich mal. Du kannst ja noch mal zum Spawn fahren. Ja, das Spawn-Kill ist jetzt auch verboten. Wenn wir schon was Illegales machen, dann noch ein bisschen legal. Ein bisschen legal, ja. Ein bisschen legal ist Illegales? Was ist denn? Ist doch euer Junge? Ich will... Wollen wir mal an die Bullenwache ran? Ich will schon bei der Mafia rein spazieren. Ach ne, das ist die Bullen, ne? Ne, interessiert sich für mich nicht. Ne, FBI ist das. Oh, wenn der springen wird, ne? Willst du? Wollen wir wachen. Wollen wir wachen? Voll schön er weiß, denn er wird beobachtet. Lass mal drauf ratzen. Das wird super. Ja, warte. Wollen wir? Ey, ich nimm schon so die Haffel in die Hand. Wollen wir wachen! Einen Abend. So have ich auch mit Mummy. Schlaufe. Hinter che-Schlaufe gesucht го 탄 terms! Es ist knight.